Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute, ich wollte euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen ein bisschen in den Great Vault reinschauen. Ich war letzte Woche wieder fleißig, denn es war Timewalker-Woche und wie bei den letzten Timewalker-Events habe ich alle meine Chars wieder durchgeballert, also zumindest die Max-Level-Chars. Das sind 130 müssen es sein, 131, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal in die Vaults rein. Vielleicht haben wir was Schickes dabei, was ich vor allem haben möchte, warum ich da den ganzen Spaß mache. Zum einen will ich im Timewalker an sich, das kann ich euch mal kurz zeigen, das Unterfeiertagen drin und dann Zeitwanderung, hier aus den Instanzen natürlich die Items haben. Und dann bietet es sich natürlich noch an, einmal den Vault mitzunehmen. Und ja, ich habe jetzt relativ gut was bekommen. Einen Instanzen habe ich komplett fertig, bei manchen fehlt jetzt auch noch nicht mehr so viel. Hier jetzt beim Vortizipsel zum Beispiel eins oder hier noch vier Items, da brauchen wir noch zwei. Also das ist jetzt schon gut runtergegangen. Jetzt hoffe ich, dass aus dem Vault dann noch bestimmte Items drin sein können. Und zwar möchte ich das letzte Item aus Legion haben. Das kann nämlich nur in dem Pool einmal aus dem M-Plus rauskommen. Also man kriegt das nur temporär jetzt während der Season einmal aus dem M-Plus Lootpool, aus dem Vault oder wenn man die Instanz direkt läuft. Und da ich eh die Timewalker-Innis laufen muss, versuche ich es damit ein bisschen zu kombinieren. Heißt, ich muss auf jeden Fall auf Feral oder Guardian umstellen. Habe ich schon, ist Feral, dass ich diese Waffe kriegen kann. Und es gibt glaube ich noch ein Item aus BFA und zwar aus Alt-Halder-Sani. Nicht eine Waffe, sondern natürlich ein Kopfteil, das es auch wieder nur in der Season gibt. Die Waffe ist in Legion drin in der Season, weil es in Legion Artefakt-Waffen gab. Und dementsprechend gab es halt keine direkten Waffen-Drops. Macht natürlich für M-Plus keinen Sinn, wenn es keine Waffen gibt. Deswegen sind die da eingefügt. Und in BFA war es so, dass es keine normalen Kopf-, Brust- und Schulter-Items gab, weil da halt die alten Azerid-Slots waren. Und dementsprechend hat Blizzard hier eine andere ID für einen Non-Azerid-Slot eingeführt, weil Azerid-G jetzt in Dragonflight ja wenig Sinn macht. Genau. Da sind natürlich auch andere Rüstungsklassen bzw. Waffen dabei gewesen. Aber die habe ich schon. Heißt, ich brauche dieses eine Kettenteil noch. Und ich brauche das hier noch. Und was natürlich auch in dem Pool drin sein kann, sind die Items aus dem Mega-Dungeon. Und zwar hier einfach die ganz normalen Sachen. Da muss ich eventuell bei dem ein oder anderen Schade-Loots-Bag ein bisschen umstellen. Je nachdem, was für eine Waffe ich haben will. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir das eine oder andere Ding raus. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und ja, das war es mit dem Vorgeplänken bei der Erklärung. Jetzt würde ich sagen, lassen wir uns einfach mal durchstarten. Also wir fangen mit dem Main an. Mit dem habe ich einige Dungeons gemacht. Und zwar über acht Stück waren das. Und dementsprechend habe ich alle drei Slots. So, ich sehe hier gerade, ich habe kein Item dabei, wo ich ein T-Mock brauchen kann. Also ich habe ein Schmuckstück. Dann habe ich eine Hose. Und ich habe einen Ring. Also das ist komplett Käse. Ich habe schon vermutet, dass es so laufen wird. Und zwar nehme ich hier jetzt diese sechs Abzeichen. Und mit diesen Abzeichen kann ich mir dann ein paar Upgrade-Tokens kaufen. Und da werden wir uns jetzt hier drei Dinger kaufen mit. Die brauche ich nämlich, denn ich mache es aktuell so, dass ich mit dem Main einmal die Woche einen 20er Key laufe und so nach und nach dann mein Gear ein wenig upgrade. Und zwar werde ich nämlich diese Sets alle fertig kriegen. Seht ihr, Normal und LFR bin ich fertig. HC brauche ich jetzt nur noch die Schuhe. Dann wäre ich da auch fertig. Und mythisch habe ich jetzt erst zwei Sachen. Aber so nach und nach kriege ich das Zeug abgegradet. Ich habe hier überall aus dem M plus 20 waren es glaube ich. Da habe ich diese 470er Items auf fast jedem Slot. Und die muss ich jetzt halt nur noch langsam upgraden. Und das mache ich zum einen über die Aspekt-Wappen, die ich halt dann immer aus dem einen Run rauskriege. Und wenn nichts Sinniges im Vault drin ist, dann kann ich hier mit dem Traum-Wappen, die ich jetzt gerade genommen habe, die Sachen upgraden. So, jetzt müssen wir bloß einmal kurz free-loggen, weil das hier ein bisschen rumspaggelt. Gut, jetzt habe ich die Teile mal gelernt. Jetzt haben wir zumindest hier schon mal ein paar Marken. 45 von den einen, 40 von den anderen. Und jetzt kann ich einmal hergehen und die Schuhe hier upgraden. So, das sind nämlich jetzt Non-Set-Schuhe, aber die kann ich nachher in den Katalysator noch umwandeln. Und jetzt können wir noch irgendein anderes Item nehmen, zum Beispiel hier den Umhang. Und den kann ich jetzt auch noch auf 5 upgraden. Also auch Item-Level-technisch ist das für mich besser, aber ehrlich gesagt ist mir das relativ wurscht, was ich für den Gear an habe. Die Hauptsache ist für mich, dass ich einen T-Mock kriege. Und das müsste jetzt einmal Mythic-Umhang sein. Ja genau, also jetzt haben wir hier Mythic-Umhang. Und wenn ich die Schuhe jetzt in den Katalysator reinpacke, also die hier, die kann ich jetzt leider nicht weiter upgraden, aber zumindest, wenn ich es jetzt reinpacke, müsste ich das HC-Set damit fertig haben. Ich habe die jetzt erst abgegradet, um quasi das normale T-Mock hier von dem Tindral zu bekommen. Da sind anscheinend die Schuhe her. Ich vermute auch, dass ich die aus dem Säckchen rausgekriegt habe. Ich habe auch nämlich bei noch ein paar anderen Charakteren, wenn man 5 Time-Walker-Dungeons abschließt, gibt es ein Säckchen. Und aus dem Säckchen kriegt man quasi ein Item raus, das aus dem Raid ist. Das heißt, ich mache mit den Chars 5 Time-Walker, kann das Time-Walker-Gee kriegen, kriege dann, wenn ich 5 mache, das Säckchen, um noch Raid-Gear zu kriegen. Und wenn ich dann den Vault aufmache, kann ich mit den Chars noch quasi den Dungeon-Loot bekommen. Also kann dann einiges abdecken. Genau, deswegen ist das eine relativ feine Sache. Und im Time-Walker, da fliegst du wirklich durch. Also die sind hier relativ easy-scale. So, das packen wir jetzt hier rein, was ein bisschen schade ist. Ich habe hier Versa-Crit drauf. Und dadurch, dass ich es reinpacke, kriege ich jetzt Crit-Mastery. Versa ist eigentlich das, was ich brauche. Aber gut, wir opfern jetzt die guten Stats für T-Mock. Das hilft ja nichts. So, damit haben wir jetzt nämlich das HC-Set auch fertig. Und jetzt brauche ich bloß noch das Mythic-Set. Ich denke mal, bis zum Ende der Season kriege ich, wenn dann, auf den Slots die Mythic-Teile, wenn ich immer einen 20er mache, und kann sie hier einfach umwandeln. Oder wenn nichts drin ist, dann nehme ich halt die Marken und kann dann mit den Marken die Items, die ich hier schon im Inventar rumliegen habe, upgraden. Also so oder so, ob ich was kriege oder nicht, kann ich sie alle upgraden. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist tatsächlich die Schuhe. Die bräuchte ich dann halt, wenn dann direkt im Mythic oder halt im HC, dass ich sie upgraden kann, um es dann dementsprechend auch fürs Mythic-Set zu holen. Genau. Gut, dann sind wir mit dem Main schon mal durch. Dann würde ich sagen, loggen wir weiter. So, dann sind wir auf dem nächsten Schar. Hier haben wir noch einen Druid. Da stellen wir wieder auf Wächter um und hoffen mal, dass vielleicht diese Stangenwaffe drin ist. Und? Ne, ich habe einen Ring drin. Belastend. Der wäre zumindest ein Upgrade. Was ich jetzt kurz gucken könnte, ob ich hier... Naja, gut, ne, da wird nichts drin sein, ne. Äh, wobei... Wenn ich das Teil upgrade, kriege ich noch einen T-Mog, sehe ich gerade. Ah, seht ihr, gut, dass ich geguckt habe. Jetzt schauen wir mal, ich habe auch Drachenwappen. Oh, ich habe sogar schon ein Würmwappen. Wo habe ich das nicht geupgradet? Dann würde ich sogar sagen, wir nehmen den Ring, weil ich habe schon Drachenwappen. Also da müssen wir jetzt gar nicht weiter gucken. Können wir den Ring einmal eintüten. Und graden das ab. Anscheinend habe ich das das letzte Mal übersehen gehabt, aber naja. Oder ich habe das aus dem Säckchen rausgekriegt, wisst ihr? Hier für die fünf Dungeons. Da muss ich mir auch noch mal ein bisschen gucken. So, also das packen wir jetzt einmal hier mit rein. Dann müssten wir auch noch mal ein Thema kriegen. Ja, wunderbar. In den Katalysator müssen wir es, denke ich, mal nicht packen. Ähm, schlichtweg, weil ich ja da das Setting schon habe. Okay, gut, dann gucken wir weiter. Dann haben wir als nächstes hier einen Hexenmeister. Ich habe jetzt schon mal grob das Geert ruhig gecheckt, ne. Da ist nichts dabei, was ich jetzt noch irgendwie Marken bräuchte. Heißt, ähm, wenn das hier besser ist, können wir es nehmen? Ne, ist es nicht mal. Gut, dann nehmen wir die Dinger. Eventuell kriege ich ja noch im Laufe der Season noch ein Item, was ich damit upgraden kann, ne. Lieber haben als brauchen. So, tauschen wir es gleich mal um, sonst vergesse ich es nämlich. Gut, dann weiter. So, als nächstes haben wir hier den Hunter. Jetzt stellen wir den auch noch mal um auf Überleben. Ich habe den jetzt mit allen Hunter auf Treffsicherheit gestellt, weil ich ja die Bögen und Schusswaffen haben möchte aus dem Timewalker. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier drin? Wir haben einen Ring, wäre für das eine zumindest ein bisschen ein Upgrade. Und hier haben wir eine Hose. Die wäre tatsächlich sogar auch ein kleines Upgrade. Ich habe nämlich hier, wahrscheinlich aus der letzten Season, oder, noch ein Item? Ja. Ähm, wir werden jetzt aber trotzdem die Marken nehmen, denn, ähm, klar, die Upgrades sind nett. Ich brauche hier auf jeden Fall diese Upgrade-Tokens. Ich kann euch auch zeigen, warum. Ähm, ich habe hier die Seite WoW-Thing und da habe ich quasi zwei Items, die ich mit dem Hunter upgraden kann. Einmal, ähm, hier den Rücken und einmal die Taille. Und die sind beide auf 4,60. Ähm, und die müssen auf 4,67. Und dann kann ich sie in den Katalysator packen. Also die Items an sich, ne, das ist hier einmal vom World Boss und das hier ist aus, äh, Amidrasil von dem Boss. Da habe ich aber anscheinend auch schon die HC-Version. Also wenn ich es upgrade, bringt mir das nichts. Aber wenn ich es dann in den Katalysator packe, äh, dann müsste ich mir was bringen. Heißt, ähm, ja, Drachenwappen habe ich mir schon vorgefarmt mit dem. Jetzt kann ich zweimal diese Dinger nehmen und kriege, müsste, damit dann zwei T-Mocks zusammenkriegen. Heißt, jetzt schaue ich nochmal kurz, ob ich nett noch ein niedrigeres Set brauche. Aber ich meine nicht. Mit Hunter war ich, glaube ich, durch. Ähm, ah, schau mal. Den Gürtel würde ich nur brauchen, aber halt im LFR, ne? Aber normal bin ich durch. Gut, dann können wir sie jetzt erst upgraden mit den Marken und dann in den Katalysator packen. Ich denke mal, Katalysator-Charges müsste ich haben. So, also wir müssen sie auf 5 bringen. Und das Ding muss ich auch einmal auf 5 verlangen. So, okay. Der Char hat eigentlich schon ganz vernünftiges Gear dafür, dass ich mit dem ja eigentlich kein Endcontent mache, ne? Also das ist alles Open-World-Gedöns, was der anhat. Dafür ist es, ist es okay. Und der hat hier den Wappenrock noch vom Scharlach-Roten-Kreuzzug an. Den habe ich ewig gefarmt, ne? Einmal mit einem Ketten und einmal mit einem Platten-Char. Ja, um mir auf der Dunkelmont, ja, Marktinsel, so Items, ich glaube, da gab es zwei Sets, ne, kaufen zu können. Ein bisschen tricky. War ganz schön eine Weile gedauert, das zu farmen. So, okay. Jetzt gucken wir mal. Gut, Set-Zeug bringt es jetzt keins, ne? Weil es Gürtel und Umhang ist. Aber T-Mox, das ist ja das Wichtigste. Also, dann packen wir das hier mal rein. Genau, das bringt mir jetzt das HC-Mark. Er hat sogar acht Aufladungen, also das ist eh easy. Man kriegt ja jetzt eh, ähm, wöchentlich eine Aufladung, ne? Also, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Okay, das bringt dann auch noch was. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir hier unten noch. Ich glaube, da könnte ich mal demnächst das Inventar ein bisschen ausmisten. Die Sachen werde ich nicht mehr brauchen. So, dann gucken wir mal bei den Sets rein. Also, seht ihr, jetzt habe ich vier von den HC-Teilen. Als nächstes habe ich dann meinen Priester hier noch am Start. Da können wir jetzt auch noch mal kurz drüber gucken. Aber ich meine, der dürfte nichts haben. Ähm, was haben wir denn hier? Ein Schmuckstück. Ja, hm, könnten wir machen, ne? Und eine Hose. Die wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also, wer beides okay ist, würde ich sagen. Zum Nehmen. Tja, ist jetzt halt die Frage. Oh, der wird das Set, denke ich mal, auch fertig haben. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. Gut, und auf HC-Item-Level bringe ich die Hose eh nicht hoch, ne? Also, wenn ich so fünf upgrade, dann bin ich, äh, im NHC. Ja, komm, ich nehme eins von den Gear-Teilen. Dann nehmen wir halt das Trinket. Bisschen Mastery, ich habe keine Ahnung, ob er Shadow Mastery braucht. Dann hat er ein bisschen besseres Trinket. So. Gut, jetzt ist er auch 450 gequippt. Nichts verkehrt. Gut, dann gucken wir weiter. Äh, als nächstes haben wir dann hier einen Monk. Und bei dem habe ich schon gesehen, dass ich die Schuhe vom World Boss habe. Heißt, hier müsste ich, ähm, die Upgrade-Tokens nehmen. Was ist da drin? Eine Hose. Die werde ich eh nicht brauchen. Heißt, ähm, da könnte ich dann mal gucken. Merke ich gerade, mein Wecker geht an. Ah, so. Weg damit. So, okay. Also, nehmen wir die Marken. Holen uns das Item hier einmal. Und dann packe ich es auch wieder in den, ähm, Katalysator rein, hätte ich gesagt. So, ich habe jetzt mal geguckt. Also, ich habe sie gerade geupgradet. Jetzt steht hier drin, dass ich das HC-Set schon habe. Aber ich vermute, das ist eine andere ID. Jetzt schauen wir mal, ob meine Vermutung... Ah, ja, sie war richtig. Wunderbar. Können wir das hier reinpacken. Und dann sind wir mit dem auch soweit durch. Als nächstes haben wir dann einen Magier. Über den können wir auch gleich nochmal gucken. Ich habe gerade gesehen, ich werde noch ein paar Slots sogar brauchen. Ähm, was Temok angeht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ne, Hände habe ich schon. Also, die bringen mir leider nichts. Schauen wir mal, ob die zumindest ein Upgrade wären. Die wären zumindest ein Upgrade. Aber ich glaube, das machen wir mit dem anders. Ich nehme mit dem mal die Marken. Weil ich habe nicht so viele Magier. Und, ähm, ja, da muss ich mal gucken. Wenn ich dann HC-Gier zusammenkriegen will, wäre es, glaube ich, besser dafür. Dann verzichten wir da aufs Upgrade. Dann haben wir hier noch einen Warrior. Muss ich gerade mal überlegen. Hm, wisst ihr was? Ich schaue jetzt mal kurz rein. Zwecks Waffen. Was da am meisten Sinn macht. Bevor wir da jetzt loslegen. Was könnte ich denn rauskriegen? Okay, das wäre für alle. Da sind gar keine Waffen dabei, oder? Die ich jetzt irgendwie gucken müsste. Na, es bleibt sich eigentlich vollkommen egal. Mal, was ich einstelle. Also, egal welchen Speck ich einstelle, ich kann irgendeine Waffe kriegen, ne? Also, dann lassen wir einfach das drin, was drin war. Ah, ich war ja auch noch mit dem Imamir Drassil. Zwecks, ähm, na, zwecks der Legendary-Waffe. Aber die hat es leider wieder nicht gegeben. Schade, schade. Hier hätten wir einen Ring. Mhm, 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 mhm. Der wäre sogar gar nicht so schlecht. Und hier haben wir noch Handgelenke. Ich vermute aber, dass ich mit dem noch was zum Upgraden habe, oder? Schätze ich mal. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas rumliegt. Hm, ne, so wie ich das sehe, habe ich da nichts mehr. Dann könnte ich eigentlich sogar den Ring nehmen. Komm, dann lass, dann lass doch mal den Ring nehmen. Oder ich nehme die vier Marken. Hm. Wisst ihr was? Ne, ich nehme die vier Marken. Ist wahrscheinlich doch besser. Wenn ich noch mal was kriege, dann kann ich nämlich gleich zwei Items upgraden. Hat, glaube ich, Mehrwert. Tatsächlich. So ein komischer Ring. Ja, gut. Kleines Upgrade wäre es schon gewesen. Dann haben wir als nächstes noch einen Hexenmeister. Schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Ah, guck, da habe ich auch wieder zwei Sachen. Also einmal eine Schildhand, die ich schon habe. Und einmal den Finger. Jetzt gucken wir mal. Ja, Finger wäre ein Upgrade. Die Schildhand. Ich habe eh einen Stab an, oder? Oder was habe ich an? Ja. Gut, da macht es eigentlich gar nicht so viel Sinn. Komm, ich würde sagen, wir nehmen da den Finger. Ich glaube, zum Upgraden habe ich jetzt hier nichts mehr. Wobei, das ist... Das könnte man doch noch hoch upgraden. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich den Kopf schon? Ah, seht ihr, ich habe den HC-Kopf schon. Okay, dann macht es gar keinen Sinn. Und das Ding ist eh schon abgegradet. Ja, komm, dann lass den Finger nehmen. Passt. Habe lieber nochmal einmal geguckt, ne? Als dass ich es dann verkackt. So, also den können wir einmal anlegen. Den anderen darf ich nicht weghauen, weil das ist mein Speedgear, ne? Also das ist einer von meinen Speedchars hier. Und er braucht quasi diesen Crit-Finger. Wobei, ist da Crit drauf? Ne, da ist nur Tempo. So, als nächstes haben wir einen Chammy. Dann stellen wir jetzt hier mal auf Verstärker. Denn ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Also ganz theoretisch wäre in dem Pool auch eine Aggie-Achse drin. Und vielleicht kommt sie ja. Ne, ich habe mal Hals gekriegt, den ich nicht brauche. Also hier nehmen wir definitiv die Münzen. Tauschen die dann wieder einmal um. Als nächstes haben wir doch noch einen Demon Hunter. Aber der hat irgendwie auch nichts Tolles. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Vielleicht irgendwas aus dem Mega-Dungeon. Ne, ein Set. Und was hat er... Ach, mit dem war ich auch in der Meerdreisee, wie es aussieht. Ah, schau mal an. Na ja, dann nehmen wir doch die Faustwaffe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn ich die nur upgrade, muss ich mal gucken, ob ich genug Marken habe. Dann könnten wir da eventuell... Ist die überhaupt besser als das, was ich an habe? Na ja, gut, die ist hier 44. Ich habe keine Ahnung, was ein Demon Hunter Tank für Sets braucht. Aber ja, die hat höheres Item-Level. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch überhaupt Marken habe. Äh, ich habe ein paar Welpen und ein paar Drachenmarken. Damit müssten wir doch irgendwie hinkommen. So, also das Ding packen wir mal rein. Auf 5 können wir es hochbasteln. Wait, warum habe ich jetzt nicht noch einen T-Mog gekriegt? Eigentlich hätte ich jetzt noch... T-Mog... Glaube, ich habe noch einen T-Mog gekriegt, oder? Steht jetzt was anderes dran? Eher normal. Aber im Sound hat gerade, glaube ich, gespackt. Gut, dann locken wir weiter. Dann haben wir noch einen Draktür. Bei dem habe ich jetzt auch gerade schon durchgeguckt. Gut, also ist jetzt nichts dabei, wo ich unbedingt Upgrade-Marken bräuchte. Uh, den habe ich noch nicht. Komisch, dass jetzt oben das Symbol nicht dran ist, aber da spackt was. Aber das ist jetzt sehr gut. Das ist aus quasi Mega-Dungeon, ne? Eine von den Waffen. Ähm... Ist das sogar ein Zweihandstreitkolben mit Int. Das können eh nicht viele tragen, ne? Zweihandstreitkolben mit Int. Wunderbar. Ähm, den muss ich versch... Naja, ne, da gibt es wahrscheinlich keine weitere T-Mog-Art, wenn ich es upgrade, ne? Wunderbar. Ah, das ist gut. Das Teil freut mich. Ah, als nächstes haben wir wieder einen Warrior. Da hatten wir ja vorher schon mal nachgeguckt, ne? Also waffentechnisch soll es relativ wurscht sein, was ich ausgewählt habe. Und was kriegen wir denn? Ein Schild aus Altaldazar. Das wäre ein kleines Upgrade. Soll ich habe ich hier auch nichts mehr? Nö. Ja, ich bin überlegen, soll ich es nehmen? Hm, hm, hm. Ach komm, ich nehme das Schild. Worries habe ich einige. Dann machen wir das doch so. So, okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich die Kleve hier mit dem Demon Hunter rauskriege aus dem Mega-Dungeon. Ein Item hat mich jetzt gerade ein bisschen beflügelt. Aber nein, ich kriege Hände. Jetzt gucken wir schnell mal nach. Ich glaube, mit dem Demon Hunter müsste ich mit dem Set soweit durch sein. Ja, 9, 9. Also die Hände bringen mir eigentlich gar nichts. Außer Upgrade. Ja. Könnten wir. Ja, komm. Demon Hunter habe ich auch wie Sand am Meer. Dann nehmen wir das Upgrade. Das ist ein Python-Level. Die ist quasi nach oben gehen. Oh, da, da. Dann haben wir noch einen DK am Start. Oh, ja. Der hat gar nichts, was ich upgraden kann. Oh, was wären denn bei den Schuhen? Also ein Upgrade fürs Gear wären die Schuhe schon mal. Jetzt gucken wir mal. Ja, gut. Da brauchen wir auf jeden Fall nichts. Das können wir sein lassen. Ähm. Ja, komm, dann nehmen wir sie doch. Die Schuhe. Was soll der Geiz? Aus dem Kronensteig anwesend sind die. So. Als nächstes haben wir einen Priester am Start. Dann schauen wir mal, was da schickes dabei ist. Gut, der hat ziemliches Miss Gear. Also da wird... Ähm... Gut. Also upgraden sieht's wahrscheinlich ganz schlecht aus. Ja, okay, komm. Dann kriegt er halt den Hals. Der ist zumindest einen Ticken besser. Hat sogar Livestream mit drauf. Ja, kann man machen. So, wo haben wir den denn da? Ah, als nächstes haben wir dann noch einen Paladin am Start. Hm. Ja, gut, der hat jetzt auch nicht so krasse Sachen an. Uh, mit dem war ich sogar anscheinend vier Dungeons. Ähm. Lasst mich mal schauen. Nee, das bringt, glaube ich, beides nix, wenn ich's upgrade. Hm. Marken hat er halt auch keine. Also das wär zumindest ein bisschen ein Upgrade. Ich glaub, ich nehm die Hose. Könnt natürlich auch, ähm, ein paar Marken nehmen, aber ich, äh... Gut, hab da jetzt aktuell keine Verwendung für. Dann haben wir noch einen Schurken. Äh, da sollte ich jetzt auf Täuschung stellen. Da war nämlich, glaub ich, auch ein Dolch dabei, wenn ich mich nicht ganz irre. Da haben wir ihn da drin, aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal nach, weil ich hab ja noch ein paar mehr Schurken. Und nur mit nem Schurken kannst du nen Aggie-Dolch kriegen. Ah, das Schwert wär auf Kampf gewesen. Ja, seht ihr, der Dolch. Täuschung ist ja unter anderem auf Kampfkriegs... Äh, gut, hab ich das Schwert und wahrscheinlich auch die Axt, oder? Äh, die Axt wär auch dabei. Und das hier sind zwei Stärke-Waffen. Okay, jetzt schauen wir mal, nehmen wir das. Ah! Ja, gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Upgrade ist, aber das wär ja mal ein Upgrade. Ja, das... Also wie gesagt, wir sehen jetzt eigentlich, dass das Gear von den Chars wurscht, aber der hat halt ein 180er Item, der bekommen wir neben die, äh, neben die Handgelenke. Das ist ja schon so ein Wink mit dem Zaumpfahl, dass ich die nehmen soll. Ich weiß gar nicht, was für eine Expansion das ist. Das ist wahrscheinlich auch Shadowlands oder noch davor. Gut, hat er jetzt auch mal halbwegs vernünftiges Zeug an. Dann haben wir hier nochmal einen Druid. Den stellen wir... Okay, der ist auf Wächter, passt. Da wollen wir jetzt gar nicht gucken. Das Set passt eh eigentlich. Gut, was hat der gekriegt? Ein Trinket. Ja, beim Druid brauche ich die Upgrade-Marken eigentlich gar nicht nehmen. Da habe ich die Set soweit. Dann nehmen wir halt das Trinket. Dann haben wir den nächsten Druid. Da können wir dann auch gleich wieder durchziehen. Noch mal ein kurzer Blick, ob wir irgendwas hier haben. Hm, sieht nicht danach aus und ich kriege noch ein Trinket. Äh, na gut. Was soll's? Nehmen wir das halt auch noch. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal, äh, das eine oder andere Mal gezogen. So, dann habe ich als nächstes einen Schurken. Den stellen wir wieder auf Täuschung. Ich habe hier auch Schuhe, die ich upgraden könnte. Dieselben habe ich aber auch auf einem anderen Twink, wo ich schon Marken gefarmt habe. Und der hat hier keine Drachenwappen, wisst ihr? Also, ja, brauche ich eigentlich nicht unbedingt die Dinger nehmen. Hm, ja, ist jetzt die Frage, ne? Komm, wir nehmen mal das Ding zum Upgraden. Bei welchen Schurkendinger brauche ich denn noch? Lass mich mal kurz gucken. Ähm, eventuell... Machen wir auch schon relativ viel, ne? Hm. Ne, ich nehme das Ding. Scheiß drauf. Machen wir es so. Oder warte mal, ich habe gerade gesehen, im LFR fehlt mir noch was. Schuhe und Handgelenke. Na, die sind jetzt nicht so flick dabei gewesen. Schultern und Gürtel. Naja, gut. Sonst hätten wir die nehmen können, wisst ihr? Wobei, der hat hier auch Handgelenke. Moment mal. Handgelenke sind da schon. Woher nochmal die Schuhe? Na gut, aber da habe ich die Marken für die Schuhe, habe ich auf dem anderen Schal gefarmt. Ne, nehmen wir das Ding. Ja, lieber nochmal eins, wo wir mal checken, ne? Bevor man dann wieder x Wochen warten muss. Für die Dinger. Aber ich denke mal, das passt schon. Okay. So, dann haben wir noch einen Druid. Jetzt gucken wir mal. Und ja, ist auch auf Echter gestellt. Wunderbar. Komm, jetzt die Stangenwaffe. Was sind das? Handgelenke. Naja, dann nehmen wir sie halt. Weiß ich nicht. Diese blöde Stangenwaffe, ne? Ich will halt halt Haldasar rauskriegen. Äh, ne, hier. Äh, Leechen rauskriegen. So rum. Aber sie will halt einfach nicht. So, und dann haben wir hier noch einen Monk am Start. Ähm, ich glaube, den stellen wir jetzt auch mal auf Braumeister für die Stangenwaffe. Und ich meine auch Monk würde ich auch noch andere Slots brauchen. Was haben wir denn hier? Aha, schau mal. Der Aggie Dagger. Ah, ne, Schwert ist das. Warum habe ich den jetzt auf Braumeister bekommen? Interesting. Ich dachte, Braumeister spielt er mit einer Zweihandwaffe. Also gut, ich will mich jetzt nicht beschweren. Das ist natürlich auch sehr nice, dass ich das gekriegt habe. Gut, benutzen kann ich es jetzt eher nicht direkt. Aber, ja. Boah, T-Mog haben wir eingetütet. Wunderbar. So, dola. Nächster Druid. Dann stellen wir hier mal... Okay, Wächter ist schon eingestellt. Wunderbar. Und effingieren. Na ja, ist ausbaufähig, würde ich sagen. Ich dachte mir gerade, Schultern wären jetzt richtig gut für den. Habe ich mir eben gedacht, wo ich diese grünen Schultern gesehen habe. Und es droppen die Schultern. Gut, da wäre eh keine Upgrade-Tokens, wenn wir mit dem Druid brauchen. Können wir sie nehmen. Dann hat der doch schon mal ein schönes Set. Wunderbar. So, als nächstes haben wir den Demon Hunter. Mal gucken, ob ich vielleicht die Gleven aus dem Mega-Dungeon kriege. Ich habe aber auch noch ein Item, was ich upgraden könnte. Also, da haben wir einen Kopf. Der wäre natürlich besser. Den nehmen wir aber nicht, weil ich die Marken brauche. Ich hatte mir nämlich extra schon die Drachenwappen gefarmt. Ich brauche jetzt quasi nur noch hier die Größeren. Und zwar hier die Wurmwappen. Und dann müssten wir einmal, wo haben wir es, das Teil hier upgraden können. Das sind nämlich die Schultern. So. Kollege schon hier schon. Auf geht's. Gut, DH-HC-Schultern haben wir. Ich glaube, vom DH-Set habe ich jetzt noch nicht sonderlich viel. Ja, ist das zweite Teil, ne? Im HC. Aber zumindest LF-Air und Normal ist schon mal fertig. Gut. Nächster Druid. Halt. Einmal gucken. Oh, oh, oh. Das hätten wir jetzt fast verkackt. Äh, Wächter. Man stellt sich das auch nicht um, ne? Da drückst du zweimal. Und irgendwie macht das nicht. Schauen wir mal. Ne, ich habe einen Hals drin. Ja, nehmen wir einen. Hat relativ viel Wärter drauf. Also das ist gar nicht so verkehrt. So. Dann haben wir als nächstes einen DK. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt irgendwie Blut, Frost oder... Aber ich glaube, es war eine Stärke Einhand- und Zweihandwaffe. Also es ist vollkommen wurscht. Okay, das Ding wäre auf jeden Fall ein Upgrade. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch rumliegen haben. Ne, so wie das aussieht, hat der nichts, wo ich nur irgendwas mit anfangen könnte. Ja, dann... Komm, nehmen wir doch das Ding hier. Die Brustplatte. Hier liegt auch nichts rum, oder? Ne, das sind Sachen, die ihr nur verkaufen könnt. Dann haben wir einen Paladin mit richtig räudigem Gier. Schaut euch mal die Handgelenke an. Also 200 Item-Level, da wisst ihr, was los ist. Also das haben wir in der Hose. Und einen Umhang. Jetzt gucken wir mal noch schnell, ob der das Set voll hat. Also die Lone-Sets zumindest. Ähm, hier... Ja, Normal-LFR ist durch. Also müssen wir da auf nichts achten. Und dann könnten wir halt gucken, ja gut, dann wäre die Hose eigentlich der Way to go, ne? Die wäre zumindest da mal ein Upgrade. Machen wir das doch mal so rum. Dann hat er zumindest ein bisschen was Besseres. Handgelenke wären jetzt für den wahrscheinlich besser gewesen. So, dolla. Nächster Druid. Vielleicht jetzt mal die Stangenwaffe. Merkt schon, ich will es wissen. Und ich habe einige Druids. Und was kriege ich Schönes? Irgendeine Schuhe. Äh, gib mir doch einfach das richtige Item. Weißt du, ich will halt diese Kategorie einfach komplett raushaben. Ach ja. So, dann haben wir noch einen Paladin. Und der da... Ah, guck mal, da brauchen wir auf jeden Fall Marken. Okay. Also der Umhang wäre natürlich besser, aber ich benötige die Upgrade-Marken, um das eine Item auf HC-Item-Level zu bringen. Also müssen wir das hier schon mal... Gucken wir mal kurz. 36, ja, da... Ich habe letzte Woche extra mal ein paar Sachen vorgefarmt, ne? Halt World Boss umgehauen und diesen 1500 Ruf da Gedönse gemacht. Dass ich das direkt hier... Äh, dass ich dann direkt hier loslegen kann. So. Halt. Falsches Loch da oben müssen wir rein. Und das ist schon... Ah, ne, das ist, glaube ich, noch nicht umgewandelt, ne? Das sind die Hände. Ha... Achso, ich muss es noch... Ich musste noch einsetzen. Oder habe ich es jetzt nicht gekauft? Wait. Ich dachte... Hm. Ups, ich glaube, ich war zu voreilig. Ich muss die Dinger nochmal umtauschen. Ach, Mist, Leute. Ich habe jetzt gerade mir die Aufnahme nochmal angeguckt. Ich habe versehentlich die Golddinger gekauft. Ich bin schon so ein Depp, ich sag's euch. Naja, gut. Das Ding läuft nicht weg. Das mache ich dann ja beim nächsten Event, ne? Aber ist natürlich jetzt schon dezent belastend. Gut. Dann haben wir den nächsten Druid. Na gut, ist Wildheit eingestellt. Und Stangenwaffe, komm. Ja, das habe ich doch vorhin schon mal gesehen, den Ring. Hm... Na gut, dann... Nehmen wir den doch. Zumindest hat er einen Haufen Versa, ne? Das ist ja schon mal was. Ah, als nächstes haben wir dann noch einen Krieger am Start. Hm... Ich denke mal, bei dem werden wir nichts haben, oder? Ja, sieht schlecht aus. Schauen wir aber sicherheitsweise noch. Hm... Hm... Ne... Wobei... Den Gürtel... Der wäre eventuell noch eine Option. Ähm... HC... Ah, ich habe den HC-Gürtel auch schon. Ja gut, dann ist das eigentlich wurscht, wenn wir ehrlich sind. Was ist das jetzt für ein Trinket? Ja, dann nehmen wir doch das Trinket, oder? Worry, habe ich schon relativ viele Teile auf HC, ne? Das sieht recht gut aus. So, dann haben wir noch mal einen Druid. Okay, auf Wächter ist er auch schon gestellt. Hm... Schuhe. Ja gut, dann nehmen wir sie. So viele Items kann es ja für ein Druid eigentlich gar nicht geben, ne? Dass diese blöde Stangenwaffe nie dabei ist. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Vielleicht gibt es hier eine nette Glewe. Ich denke mal, der Lootspack beim Demon Hunter, das ist relativ fruscht. Den Hals habe ich ja vorhin auch schon mal gesehen. Naja, dann nehmen wir halt den Hals. Zu graden habe ich auch nichts. Ich habe schon einmal so grob durchgeguckt. Dann haben wir als nächstes einen Monk. Da können wir auch... Oh, Braumeister ist schon eingestellt. Passt wunderbar. Und eine Brust. Jetzt muss ich mal kurz einmal noch gucken. Ich glaube beim Monk... Ah, ne, Monk hat... Ist fertig. Ja, okay, gut. Ja, aber dann nehmen wir sie trotzdem, oder? Die Marken bringen mir jetzt eigentlich auch nichts. Ja. Hat er zumindest eine bessere Brust an der Char. Hier schon mal was. Dann haben wir als nächstes einen Hunter. Moment. Wisst ihr, was ich mal noch kurz gucken könnte? Gab es denn im Mega Dungeon überhaupt noch einen Bogen oder sowas? Was ist der Hunter jetzt? Weil ich würde den auch auf Überleben stellen, wisst ihr? Wegen der... Ähm... Ja. Da gibt es gar keinen Bogen. Ja, dann stellen wir ihn auf jeden Fall auf Überleben. Dann kann er nämlich eventuell auch die Stangenwaffe rauskriegen. Schauen wir mal, ob die drin ist. Das ist ein Finger mit Movement Speed. Ich meine, ich hatte nichts zum Upgraden, oder? Ähm... Ne. Ja, dann nehmen wir ihn. Ist eine klare Sache. Der Movement Speed Ring. Ja, für den Speed Gear ist auch gar nicht so schlecht, ne? So, als nächstes haben wir einen Paladin. Gucken wir mal den. Stell ich mal auf Vergelter. Eventuell kriege ich eins von den Schwertern. Ne, ich habe eine Hose drin. Die könnte ich nehmen. Oder... Ich schaue mal, ob ich noch irgendwo ein Set für den habe. Also Paladin. Ähm... Ne. Normal und LFR-Set habe ich. Ne, komm, dann nehmen wir die Hose. Ich brauche die Marken nicht wirklich. Dann haben wir zumindest ein kleines Upgrade für den Schwer. Naja. Und 411 auf 441 ist schon okay. Dann haben wir direkt nochmal einen Paladin. Den habe ich jetzt hier auch schon auf Vergelter. Also ich habe ja geguckt, ne? In der Dämmerung brauche ich sowohl eine Zweihand- als auch eine Einhand-Stärkewaffe. Und wir haben drin einmal Handschuhe. Mh... Die sind jetzt upgrade-technisch nicht gut. Naja, aber zum Upgraden habe ich jetzt an sich auch nichts. Ne, können wir... Können wir die Handschuhe nehmen? So, das ist eine Zweihand-Waffe, ne? Die ich da noch rumliegen habe. Als nächstes haben wir noch nochmal einen Druid. Und den stellen wir auf Vächter, um die Stangenwaffe zu kriegen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Ah, schon wieder der Ring. Den habe ich schon das ein oder andere Mal, zumindest die letzten Male gesehen, ne? Als ich hier die ganzen Walls geöffnet habe. Mh... Naja, aber mein Druid bringt es mir ehrlich gesagt auch nichts, jetzt auf die Marken zu gehen. Also nehmen wir den Ring mit raus. So, dann haben wir nochmal einen Demon Hunter. Der wird mir eigentlich nur was für die Gläwe bringen. Und er hat einen Kopf drin. Rip. Ähm... Eventuell könnte ich jetzt nochmal gucken in meiner Übersicht. Vielleicht brauche ich hier auch nochmal ein Set, wisst ihr? Mh... Beziehungsweise ich kann eigentlich auch gleich da gucken. Ähm... Ne, Set habe ich voll. Man brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Naja, gut, scheiß drauf. Dann nehmen wir es halt direkt das Teil und gut ist. Weil ich habe hier auch nichts zum Upgraden mehr mit dem. Ja, gut. Eigentlich war es jetzt verdammt waste. Den Kopf hätte ich auch einfach oben in den Katalizator packen können. Naja, gut, egal. Gut, dann haben wir als nächstes nochmal einen Druid. Stellen wir wieder auf Wächter. Und dann ist die Stangenwaffe drin, oder? Nein, ein Kopf ist drin. Das bringt mir eigentlich echt gar nichts. Warte mal, ist das sogar der komplett gleiche, ne? Ne, dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Jetzt bin ich am überlegen. Ähm... Wisst ihr was? Mit dem Druid kann ich sogar tatsächlich das Gold nehmen, ne? Vorhin haben wir es einmal verkackt. Aber hier bringen mir die Upgraden gar nichts. So, dann haben wir nochmal einen Monk. Dann stellen wir hier auch... Ja gut, Braummeister ist da schon drin. Stangenwaffe, wie wäre es? Ach komm, ein Umhang. Ja, der wäre schon ein Upgrade. Jetzt muss ich mal noch gucken. Eventuell brauche ich bei dem irgendwelche Marken. Ne, brauche ich nicht. Ne, dann nehmen wir den Umhang. Hilft ja alles nichts. So, dann haben wir noch einen DK. Ich denke mal, Waffenart muss ich jetzt nicht umstellen. Mal gucken, vielleicht die Zweihand- oder Einhandwaffe. Oder wir kriegen irgendwelche useless Handgelenke. Ähm... Ich müsste mal gucken. Also die würde ich tatsächlich nehmen. Da habe ich aber auch so nichts zum Upgrade. Oder warte mal, jetzt gucken wir nochmal. Ne, da habe ich nichts zum Upgraden. Der hat relativ beschissenes Gear. Dann nehmen wir die Handgelenke. Die sind zumindest ein bisschen höher vom Item-Level. Machen wir das mal so. Dann haben wir nochmal einen Paladin. Hier ist es jetzt wichtig, da muss ich die Marken nehmen. Weil ich habe ein Item, was ich hier upgraden kann. Schauen wir mal. Wir haben hier, denke ich mal, nichts drin. Ne, wir haben hier nichts drin, was ich brauche. Wir nehmen auf jeden Fall die Marken. Wenn jetzt natürlich, ne, irgendwas drin gewesen wäre, was ich für T-Mog brauche. Dann hätte ich halt das, äh, zurückgehalten. So, diesmal verkacken wir es nicht. Ich nehme mal hier die Wappen. Und... Können wir direkt zum Upgraden gehen. Und ich müsste eigentlich auch das Teil dann noch in den Vault packen können. Also es müssten zwei T-Mogs sein. Einmal jetzt fürs Upgraden. Und dann noch einmal für, ähm, dann quasi Set, ne. Wenn ich es umwandele. So, auf fünf müssen wir. Here we go. Und dann fliegen wir jetzt noch einmal zum Katalysator rauf. So, jetzt sind wir oben angelangt. Dann packen wir das einmal rein. Und dann kriegen wir auch noch das Setting. Nervig ist das immer, dass man hier fünf Sekunden warten muss, ne. So, jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir denn von dem Set. Na gut, das war jetzt erst das zweite. Wenn ich vorhin mit dem anderen Palace nicht verkackt hätte, ne. Dann hätte ich jetzt schon mehr von dem HC-Set. So, als nächstes haben wir einen Schurken. Da gehen wir wieder auf Täuschung. Ist schon richtig eingestellt. Und dann gucken wir mal, ob der Dolch vielleicht dabei ist. Oder wir kriegen irgendwie so einen nutzlosen Kopf. Schauen wir mal so grob drüber. Schon fünf von fünf. Okay. Da hätten wir einen Item. Marken habe ich schon vorgefarmt. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall hier das Ding. Na gut, dass ich noch mal geschaut habe, ne. Dann können wir die Marken wiederholen. Und dann müssen wir es zweimal upgraden. Beziehungsweise, ich vermute jetzt mal, dass wir es auch noch nicht als Set haben, oder? Schließen-Set. Wo haben wir es hier? Guck mal, im LFR fehlt mir sogar noch was. Mhm, die Schuhe habe ich so auch noch nicht heiß. Wir können auch wieder zwei T-Mocks rausziehen aus dem Ding. So, wo sind sie denn? Die Schuhe. Und dann wieder hoch zum Katalysator. So, der Loader. Dann packen wir sie hier nochmal rein. Wo haben wir sie? Kann ich die? Ah, die waren schon umgewandelt. Okay, never mind. Das habe ich jetzt anscheinend nicht geguckt gehabt. Die hatte ich schon einmal auf Set umgewandelt. Ja gut, okay. Schade. So, dann haben wir einen Evoker. Mit dem könnte ich natürlich das Kettenteil kriegen, was ich brauche aus BFA. Oder ich kriege irgendwo so einen Stab. Hm. Gucken wir mal kurz drüber. Das ist schon soweit abgegradet. Das ist auch schon bei 5. Ja, ne, da habe ich nichts mehr, wo ich von profitieren kann. Dann nehmen wir doch den Stecken hier. Und der Herr aus Thron der Gezeiten. Na ja gut. So, dann haben wir nochmal einen Druid. Den stellen wir wieder auf Tank um. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück mit der Stangenwaffe. Hm, ne, wir haben einen Kopf. Ja, komm, den nehmen wir mal. Der ist zumindest einen Ticken besser. Langsam bin ich im Verdacht, dass diese Stangenwaffe gar nicht in dem Pool, in dem Lootpool drin ist, ne. So, dann haben wir noch einen Schamanen. Den machen wir auf Verstärker für die Aki-Waffen. Hm, ne Hose. Was hat der sonst so an? Ja, das ist beides nichts. Das ist beides nur, dass ich es auf NAC hochballern kann. Wollen wir mal, wie weit wir da sind. Ja gut, ich würde hier Schultern. Na, Schultern würde ich brauchen, aber es waren keine Schultern, das war eine Hose. Schade. Na ja, nehmen wir sie trotzdem. Ist ja zumindest ein kleines Upgrade. So, dann haben wir noch mal einen Monk. Da haben wir Braumeister, das passt wunderbar. Schultern. Na gut, das macht gar keinen Sinn. Die selbigen habe ich schon. Dann nehmen wir hier die Token. Hm. Und dann nehmen wir die Wappen. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwas, wo man sie brauchen kann. Als nächstes haben wir dann noch einen Schamanen. Den stellen wir auch wieder auf Verstärker um. Und haben einen Ring. Den habe ich aber heute auch schon gesehen. Jetzt gucken wir noch mal schnell, ob hier noch irgendwas dabei war. Hm. Die beiden könnte ich auf NHC upgraden. Aber ich schätze mal, dass ich das Set hier auch schon voll habe, oder? Würde ich mal, also zumindest im Ende. Ah, nein, den habe ich nicht. Ach, da war das mit den Schultern, ne? Ähm. Okay, aber Schulz war ja ein Ring. Also das bringt mir jetzt eigentlich... Naja, nehmen wir einen. Nehmen wir einen Halt. Was Besseres kriegen wir auch nicht. So, weiter geht's. So, dann haben wir jetzt hier einen Evoker. Ja, mit dem brauchte ich sogar noch irgendwas zum Upgraden. Was hat denn der drin? Der hat ein Ketten-Item. Das wäre auf jeden Fall für den Sack. Ähm. Hatte ich mit dem nicht noch irgendwas? Ne, das hier ist schon abgegradet. Das ist auch schon abgegradet. Ja, okay. Die Waffe auch. Heißt... Ähm. Hier können wir auf jeden Fall die Marken nehmen, ne? Das Ding ist eh lower. So, als nächstes habe ich eine Magier. Da habe ich jetzt gerade schon mal geguckt. Schuhe, Handgelenke bräuchte ich. Und hier ist ein Stab, den ich upgraden könnte. Der ist auf 1 von 8. Da fehlen mir aber auch noch ein paar Wappen. Heißt, ähm... Jetzt tun wir erstmal hier das Gucken, was da drin ist. Also, wenn jetzt nicht irgendwie Schuhe oder Handgelenke drin sind. Was habe ich denn hier? Schultern. Wait, warum sagt er mir, dass ich die durch Upgraden auch noch verbessern kann? Und ein Rücken. Momente mal. Irgendwie komisch. Ich glaube, das zeigt es falsch an. Weil das waren jetzt Schultern, ne? Ja. Oder das ist eine andere ID, die ich noch nicht habe. Aber ich glaube, das mache ich trotzdem nicht. Weil die ID kriege ich ja so über ein normales Schulter-Item trotzdem easy her. Ich nehme die Dinger und grade die Waffe ab. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Zumal ich jetzt hier sogar zwei Dinger kaufen kann. Einmal das und... Zweimal die hier. Dann müsste es eigentlich direkt reichen, dass ich genug Materialien habe. So, jetzt gucken wir doch mal. Ja. 50 und 15. Das sieht doch gut aus. Dann packen wir mal die Waffe rein. Ach, da sage ich leise Scheiße. Ich habe nicht genug Flugsteine. Was machen wir da jetzt? Ja gut, ich glaube, ich muss erst mal Flugsteine farmen gehen. So, als nächstes haben wir einen Hunter. Dann gucken wir hier, überleben haben wir. Wunderbar. Ich habe jetzt mit dem Magier noch ein paar von den Flugsteinen gefarmt. Aber ich glaube, den Rest mache ich mit den Weekly-Sachen nächste Woche dann. So, okay. Da hätten wir jetzt Hände. Also, das ganze Zeug bringt nichts zum Upgraden. Ich denke mal, das Set habe ich auch soweit fertig. Ja, ich denke mal, ich kann die nehmen, oder? Schauen wir mal hier. Gürtel würde ich noch brauchen im LFR. Schade. Naja, nehmen wir sie trotzdem. Sind zumindest ein kleines Gear-Upgrade, das Ding. 411, ne? Time-Walker-Item auf 441 ist schon okay. Dann haben wir einen Hunter. Hier habe ich was zum Upgraden. Hier haben wir einmal Füße. Und, ja, mal gucken, was so schönes drin ist. Mal habe ich hier umgeschalten. Uh. Mit dem war ich anscheinend viele. Ah, hm. Muss ich jetzt fast überlegen. Ah, ich muss fast die Flinte nehmen, ne? Ich hätte zwar die Füße zum Upgraden. Aber hier habe ich ein Item aus dem Mirdrasil. Da war ich anscheinend sogar auch noch drin. Naja, komm, scheiß drauf. Dann nehmen wir die Waffe. Dann würde ich nämlich dann sogar zwei T-Mocks rausbekommen. Und die Füße, die kann ich ja irgendwann anders noch upgraden. Also, das ist ja kein Stress. So. Naja, ist natürlich jetzt unlucky, dass genau quasi bei dem Char, wo ich ein Item zum Upgraden hatte, dass ich dann nochmal einen T-Mock gekriegt habe, ne? Aber so ist das manchmal. Naja. Machen wir dann beim nächsten Mal. So, jetzt packen wir das erstmal hier noch rein. Dann kriege ich vielleicht noch einen T-Mock raus. Also, das kostet mich eh nur Flugsteine. Ja, haben wir da mit zwei T-Mocks auch nicht verkehrt. So, dann haben wir noch einen Priester. Äh, da brauchen wir eigentlich jetzt nichts umstellen. Ich habe hier sogar ein Item, was ich mit dem upgraden kann. Also, wir haben hier einen totalen Rotz gekriegt. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Steinchen hier. Und dann können wir die einmal hier umtauschen. Oh, da la. Und zwar habe ich hier... Ah, genau, die Schuhe. Sogar mit Movement Speed drauf. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich nicht einen Fehler begehe. Aber ich meine, die müsste ich auf HC-Item-Level upgraden können. Genau. Also, die packen wir jetzt einmal hier rein. Machen sie auf 5 hoch. Ah, oder es backt rum. So, ich habe es mal upgradeet und bin jetzt auch gleich schon mal zum Katalysator hoch. Jetzt packen wir die hier rein. Und dann haben wir einmal die HC-Schuhe. So, dann haben wir als nächstes einen Warrior. Gucken wir mal, ob ich Glück habe und mal vielleicht so eine Waffe kriege. Ne, ich habe Hände. RIP. Okay, also die bringen mir schon mal gar nichts. Nehmen wir jetzt hier die Upgrade-Token. Dann muss ich mal gucken, ob wir irgendwas mit dem Zeug anfangen können. Ne, das schaut schlecht aus. Aber vielleicht irgendwann in der Zukunft. Nehmen wir sie mal mit hier, die Tokens. Gut, als nächstes haben wir einen Hexenmeister am Start. Jetzt gucken wir mal grob drüber. Ne, der hat keine hohen epischen Items. Da scheint es dann wurscht zu sein. Ja, nehmen wir den Ring, oder? Passt. Nehmen wir das bisschen Upgrade. So, dann sind wir als nächstes bei dem Priester. Das war eigentlich ein Chart, den ich mir aufgeschrieben hatte, dass ich hier die Schuhe noch upgraden will. Aber, da ich jetzt bei dem anderen das gemacht habe, ist das jetzt hier eigentlich auch durch. Oh. Ich glaube, wir nehmen dann hier die Handgelenke. Lachen wir ihn da an. Der Item-Level 137. Keine Ahnung, was ich da für ein Ding anhabe. Vogelwild. Ah ja, gibt es noch ein Achievement. So, als nächstes haben wir einen Warrior. Muss ich mal gucken. Ah, schau mal, da können wir was upgraden. Eis. Beim Worry nehmen wir hier auf jeden Fall mal die Marken. Das schaut nämlich schon mal gut aus. Und dann gucken wir mal. Also, ich hätte hier das eine Item. Was haben wir hier noch? Das ist auch bei 4 von 5. Aber gut, wahrscheinlich habe ich jetzt das Worry-Set auch schon im NHC. Soweit. Äh, ja. Habe ich soweit. Okay, und was ist das jetzt hier für ein Slot? Das ist jetzt die Talie. Gut, die Talie habe ich an sich auch schon. Aber das ist ein anderes Item, so wie das aussieht. Ja gut, okay. Jetzt nehmen wir trotzdem hier die Marken mal raus. Und laufen zum Katalysator rüber. So, der hier. Ah, schau mal, so ein Naxx-Ding habe ich auch noch. Damit habe ich am Anfang, als die rauskamen, mal gehandelt. Ich habe noch so ein paar Überbleibsel. Da muss ich mal gucken, was ich mit denen noch mache. Mal versuchen, die noch zu verkaufen. Und, oder vielleicht selber zu benutzen, ne, je nachdem. So, packen wir das hier einmal rein. Gut, in den Katalysator brauche ich es ja nicht packen, weil da haben wir es schon. So, dann haben wir hier noch einen Paladin. So wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe, ist da jetzt nichts dabei, was ich noch upgraden könnte. Jetzt schauen wir mal die Schuhe. Ja, dann nehmen wir sie doch, oder? Die Schuhe sehe ich jetzt da nichts, was besser wäre. Dann haben wir nochmal einen Druid. Den stellen wir mal hier auf Wächter. Hm, Mist. Wieder nichts. Ja, ich muss mal ein bisschen hin und her swetschen. Mal ein bisschen Wächter, mal ein bisschen Wildheit, ne. Das müsste zwar auf beiden droppen, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Bug drin. So, dann haben wir direkt den nächsten Demon Hunter. Ihr seht schon hier die Waffen, ne. Aus dem Mega Dungeon, die stapeln sich schon. Zumindest die, die ich nicht brauchen kann. So, haben wir dann da Schuhe. Jetzt gucke ich mal kurz in meine Liste rein. Nee, Nutella, der hat nichts. Dann nehmen wir doch mal die Schuhe hier direkt. Ein paar Sachen zum Verkaufen, ne. Muss ich vielleicht auch mal ins Haar hauen. So, dann haben wir noch einen DK. Gucken wir mal. Der hat, glaube ich, auch nichts zum Upgraden. Obwohl, das eine vielleicht. Umhang und Brust. Jetzt gucke ich mal schnell bei den Sets rein. Nee, hat er schon komplett, ne. Also bringt mir eigentlich gar nichts. Ja, du dann. Nehmen wir doch den Umhang. Können natürlich auch vier Marken nehmen, ne. Na ja. Great für den Schar. Schadet auch nicht. So, dann haben wir hier noch mal einen Demon Hunter. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Vielleicht mit der Glewe. Also ich meine, den habe ich eben schon mal gesehen, den Umhang. Also der bringt mir gar nichts. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir die Marken mitnehmen. Und, ja. Das ist schon alles soweit abgegradet. Das auch. Ja gut, dann. Auf geht's. Nehmen wir die Marken. Dann haben wir den nächsten Druid am Start. Da gehen wir jetzt diesmal auf. Komm, machen wir mal Wildheit. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Vielleicht wildern die Stangenwaffe. Wir kriegen eine Hose. Und die nehmen wir tatsächlich auch. Ja. Also sonst, ne. Bei den Druid-Chars rentiert es sich ja gar nicht. Da habe ich ja die Sets soweit. Dann haben wir noch einen Worry. Gucken wir auch noch mal grob drüber. Sehe ich jetzt nix. Hose. Ja. Tüten wir die Hose ein. Gucken wir das ein bisschen Item-Level-Upgrade. Gucken wir hier noch. Ah, gut. Das ist nix. Dann haben wir einen Priester am Start. Der hat, glaube ich, auch nix, oder? Jetzt schauen wir mal. Ne. Der hat gar nix, was ich upgraden könnte. Das ist schon noch fünf. Komm, dann nehmen wir den Ring. Was soll der Geiz? Das ist auch alles irgendein Käse. Das ist für Zweierringe. Dann haben wir einen Druid. Den machen wir. Komm, wir machen auch noch mal Wildheit. Ich glaube, bei Wildheit kriege ich es. Oh, das ist dieselbe Hose wieder drin. Ja, komm, dann hier Marken. Schmack mal gar nicht lange rum. Und bei dem Druid nehme ich Gold. Das bringt ja sonst nix. Haben wir zumindest tausend Tacken. So, als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Ich hoffe, dass die Gleven mit dabei sind. Ne, wir haben eine Brust. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Dann nehmen wir ebenfalls die Marken. Also klar, die wäre jetzt hier im Set, aber bringt mir ja eigentlich auch nix. So, nehmen wir. Obwohl. Na, hier hätten wir eigentlich auch. Kann ich es nochmal umtauschen? Na gut. Hier hätte ich eigentlich auch die Token nehmen können, weil ich glaube Demon Hunter. Ähm. Naja. Naja, gut, scheiß drauf. Dann haben wir noch einen Druid. Ah, der ist schon auf Wildheit, ne. Der weiß schon, was es geschlagen hat. Und zwar eine Brust. Ja, die nehmen wir. Die ist zumindest einen Ticken besser. Ich hatte zumindest jetzt gehofft, dass ich eins von den beiden, ne, im Krieg. Also dieses Ketten-Item oder die Stangenwaffe. Na, mal gucken. Ein paar Chars habe ich noch. Dann haben wir noch einen Worry am Start. Nochmal. Vielleicht die Einhand- oder die Zweihandwaffe. Ich bin ja eh auf Waffen. Äh, ne Schulter. Tja. Hm. Z habe ich, glaube ich, mit dem. Ja. Na komm, dann nehmen wir es. Oder habe ich was zum Upgraden? Hm. Nee. Ja, wir nehmen die Schultern. Haben sogar noch Lifestyle drauf. Kann man machen. What? Oh. Die habe ich sogar gebraucht. Die sind sogar aus dem Mega-Dungeon. Ups, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, okay. Gut. So viel dazu. Weißt du, was das Problem ist? Weil diese Items hier aus dem Mega-Dungeon irgendwie verpackt sind. Seht ihr? Bei den normalen T-Mock-Sachen ist oben hier mein Symbol dran, dass ich das T-Mock habe oder dass ich es nicht habe. Bei dem hier ist es oben irgendwie nicht dran. Warum auch immer. Die sind irgendwie kaputt, diese Items. Deswegen habe ich es jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen, aber sehr gut. Ähm, das habe ich noch gebraucht. Ah, das hätte ich jetzt fast verkackt. So, dann haben wir hier einen Evoker. Der hat nichts zum Upgraden. Wir hätten eine Hose. Die werde ich vermutlich auch nehmen. Lass mal nochmal kurz gucken. Set-technisch sind wir eh durch. Ja, wir nehmen die Hose. Ja, gut. Das ist jetzt ein minimales Upgrade, ne? So, direkt der nächste Evoker. Mal gucken, was hat der so an? Auch nichts Tolles. Schauen wir nochmal zur Sicherheit. Ne, das macht alles keinen Sinn. Ja, dann nehmen wir so doch die Hände. So, als nächstes haben wir einen Paladin. Was hat der so an? Hm. Ja, auf jeden Fall ein kleines Upgrade. Ganze Sachen bringen nix. Äh, Set werde ich wahrscheinlich mit einem Paladin auch schon haben, oder? Jetzt lass mal gucken. Äh, ja. Normal hat's, äh, LFR-Sets sind fertig. Ja, dann nehmen wir so auch die Hosen. Als nächstes haben wir einen Monk. Den stellen wir dann auf Tank. Ist er schon wunderbar. Und Stangenwaffe, wie wär's? Ah, ist wieder der Hals. Schauen wir mal, hat der irgendwas zum Upgraden? Nope. Bei die Waffe, was, wie, was ist das? Äh, aber die ist aus der Superblüte. Okay, das bringt auch nix. Das bringt leider auch nix. Okay. Als nächstes haben wir einen Schurken. Den stellen wir auf Täuschung. Eventuell kriege ich den Dolch aus der Dämmerung raus. Äh, ne, war nicht dabei. Und wie sieht's bei dem aus? Äh, ne, das bringt mir nix zum Upgraden. Und das ist schon auf Max. Die Waffen auch nicht. Ja, gut, dann nehmen wir's doch, oder? Hilft dir leider alles nix. Zumindest ein kleines Upgrade. So, als nächstes haben wir einen Magier. Da könnte ich jetzt noch die Schildhand aus dem Mega-Dungeon kriegen. Oder ich krieg totalen Crap raus. Naja, irgend so ein Trinket. Hätten wir hier noch irgendwas, was mir was bringt? Mh, wir müssen mal kurz noch gucken. Handgelenke, Füße. Naja, ne, da machst du nix. Dann nehmen wir's Trinket. Magier ist halt blöd, ne? Da fehlen mir, äh, auch noch sowohl vom Normal- als auch LFR-Set was. Dann haben wir noch einen Hexenmeister am Start. Gauen wir mal kurz drüber. Jetzt nix, nix, nix Außergewöhnliches gesehen. Mh, wäre jetzt eigentlich beides nicht so schlecht. Jetzt gucken wir lieber nochmal ein bisschen genauer hin. Hatten ein paar PvP-Sachen von den letzten Seasonen noch an, ne? Ja, aber sonst bringt mir alles eigentlich kein T-Mock. Ja, dann nehmen wir doch das Trinket, oder? Das müssten wir noch am meisten bringen. Hat hier noch irgendein Proc drauf. Dann haben wir als nächstes einen Schamanen. Mal gucken. Okay, wir haben einen Ring dabei. Auch mit Leech wieder. Ja, wird schon was bringen, aber jetzt gucken wir mal. Das bringt nix. Das ist auch schon auf fünf. Ah, guck mal an. Okay, also hier haben wir Handgelenke. Heißt, wir holen uns auf jeden Fall die Marken. Und tauschen das doch dann mal um hier. Also das Ding hier. Und dann muss ich mal gucken. Da müsste ich es sowohl in den Katalysator als auch zum Upgraden. Also halt erst Upgraden, dann Katalysator. Sondern da müsste ich zwei T-Mocks kriegen damit. So. Also. Packen wir es hier einmal rein. Gut, und jetzt gucke ich da nochmal. Hat sie. Okay. Ja, dann fliegen wir jetzt noch einmal hoch. So, dann packen wir das mal hier mit rein. Nein, also das Ding. Und dann kriegen wir jetzt hier nochmal ein Set-Item. Wunderbar. Immer top, wenn man mehrere T-Mocks aus einem Teil rauskriegt. Hier kriegen wir jetzt ein... Ne, das haben wir schon. Okay. So, dann haben wir den nächsten Charakter. Und zwar wieder einen Drac-Tür. Schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Vielleicht mal das Ketten-Item, das ich brauche. Ah, schau mal, das ist aus Dämmerung der Ewigen. Aber leider auch eins, das ich schon habe. Lass mal kurz drüber schauen, ob wir hier irgendwas zum Upgraden haben. Ne, das schaut nicht danach aus. Okay, und die Hosen, die sind aber schlechter. Komm, dann nehmen wir trotzdem die Marken. Und dann kann ich ja schon mal die vorpulen. Das würde ja nicht schaden, wenn wir da mal ein paar haben. So, als nächstes haben wir nochmal einen Hunter. Dann stellen wir da auf Überleben um. Der kann ja theoretisch beides kriegen, ne? Die beiden seltenen Sachen. Kette und die Stangenwaffe, aber war leider nichts. Hier ist ein Finger drin. Und können wir den brauchen? Theoretisch ja. Nehmen wir doch mal mit, den Finger. Schlimm Finger. Okay. So, dann sind wir auf einem Priester. Da habe ich mir jetzt eben noch ein T3-Teil aus dem Postkasten geholt. Und was haben wir hier? Das wäre natürlich ein gutes Upgrade. Haben wir sonst irgendwo was, wo wir Marken für brauchen? Ne, sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, komm, dann nehmen wir das Ding doch. Was sollte Geiz? So, als nächstes haben wir noch einen Deka. Vielleicht jetzt mal noch eine Waffe hier aus dem Mega-Dungeon. Wäre ganz nice. Ein Helm. Aber den habe ich schon. Aber mir fehlt hier anscheinend eine ID. Seht ihr das? Interesting. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Das haben wir Upgrade. Das hier auch. Das auch. Okay. Na gut. Helm brauche ich nicht. Dann nehmen wir doch die Marken. Und spekulieren dann schon mal, dass ich vielleicht irgendwann mal nochmal was kriege hier. Was Sinn macht. So, wir nehmen die hier noch mit. Gut, dann gucken wir weiter. Als nächstes haben wir nochmal einen Druid. Dann. Ah ja, Aufwächter haben wir schon. Sollen wir ein paar auf Wildheit durch? Das ist. Da ist sie. Na endlich. Holy shit hat das jetzt lange gedauert, bis ich diese Waffe drin hatte. Ich dachte, sie gibt es gar nicht mehr. Alter, schalter. Endlich ist diese scheiß Waffe drin. Die nehmen wir auf jeden Fall raus. Das hat jetzt richtig gedauert. Ah, da ist sie. Na wunderbar. Ich sag's euch. Wunderbar. So kann das weitergehen. Jetzt brauche ich nur noch das Ketten-Item und dann haben wir es. Und ich würde sagen, das Ketten-Item ziehen wir jetzt einfach auf dem Hunter hier raus. Und dann haben wir die ganzen Season-Belohnungen. Ich hoffe. Drückt mir die Daumen. Das brauche ich ja hier eigentlich nicht mehr umschalten. Nee, ein Umhang ist drin. Na gut. Gut. Aber ich bin schon froh, dass ich allein das eine Ding jetzt gekriegt habe. So, okay. Dann. Nehmen wir den Umhang hier. So, dann haben wir den nächsten Druid. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich da nur irgendwas eigentlich brauchen kann aus dem M-Plus-Pool, was Leder angeht. Wahrscheinlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, es war jetzt eigentlich nur noch diese Waffe. Und aus dem Mega-Dungeon, was ich jetzt gesehen habe, waren es, glaube ich, Stoff, Plattensachen und halt Waffen, ne. Jetzt weiß ich nicht, ob noch irgendeine Druid-Waffe. Ah, ich könnte wahrscheinlich mit den ganzen Druids und Monks auf Heel stellen für die Schildhand. Das wäre die Möglichkeit. So, dann haben wir als nächstes einen Demon-Hunter. Der, warte mal, die Schuhe. Die könnten sich vielleicht rentieren. Lass mich mal überlegen. Ähm. Sets. Demon-Hunter. Ah, nee, seht ihr? Der hat die Schuhe schon. Heißt, Schuhe würden sich nicht rentieren. Dann wird sich die... Na, dann nehmen wir doch die Brust. Nehmen wir doch die Brust dann. Naja, zumindest Item-Level-Upgrade. So, als nächstes haben wir den Hunter. Mit dem habe ich was zum Upgraden. Und zwar die Brust hier, so wie es ausguckt. Die muss einmal noch auf HC. Heißt, wir würden da ein paar Upgrade-Items brauchen. Jetzt schauen wir mal, was hier Schönes drin ist. Eine Schusswaffe, die ich schon habe. Und ein Gürtel, die ich auch schon habe. Okay, also dann nehmen wir auf jeden Fall die Upgrade-Items. Dann kann ich sogar zwei Dinger kaufen. Dann machen wir mal eins und zwei. Und dann gucken wir doch mal. Also, das hier. Na gut, da brauche ich dann einige Marken, ne? So. So, kurzen Hustenanfall hier, ne? Mein Mikrofon weggeklappt, sonst werdet ihr hier taub. So, also wir nehmen das Ding jetzt einmal. Packen es auf fünf. Zum Glück habe ich genug Flugsteine. Da war ich jetzt gerade schon wieder in Sorge, ne? Dass ich wieder farmen muss. Und dann haben wir jetzt vom Hunter-Set noch ein Teil. Der sieht ja schon gut aus. Fünf Dinger haben wir schon. So, als nächstes haben wir einen Hexenmeister. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich mit dem auch irgendwas zum Upgraden hatte. Aber jetzt schauen wir erst mal rein, was drin ist. Also. Das haben wir schon, oder? Ah, nee. Das haben wir doch ein anderes Item. Das ist aus der Dämmerung. Ah, das ist natürlich jetzt belastend, weil ich, glaube ich, irgendwas zum Upgraden hatte, ne? Lass mal gucken. Wo war denn das? Hm, komisch. Ich dachte, ich hatte hier was zum Upgraden. Oder vielleicht muss ich es dann noch in den Vault reinpacken, äh, in den Katalysator reinpacken. Hm, ich war mir relativ sicher, dass ich hier ein Item hatte. Moment, ich muss mal nochmal kurz auf der Seite nachschauen. Doch, Malarus, der sollte eigentlich eine Natalya haben. Ja, wo sind die? Ach, die ist da unten. Seht ihr? Die hier müsste ich upgraden. Ähm. Naja, okay. Dann würde ich noch ein T-Mock kriegen. Aber, da wir jetzt hier ein Item dabei haben, das ich auch noch brauche als Mock-Teil, äh, nehmen wir das. Ist halt schade, weil da kriege ich halt, würde ich halt sechs Dinger rauskriegen, ne? Aber egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Achso, das ist ja eh schlechter. Ähm. Dann muss ich mir das bloß aufschreiben, dass ich auf dem Chano was hab, ne? Dass ich das nicht vergesse. Ah, als nächstes haben wir einen Paladin am Start. Lassen wir den mal auf Vergelter. Eventuell kriegen wir was Tolles. Was haben wir denn hier? Eine Hose, die hab ich aber schon. Hm. Ja, komm, dann nehmen wir die Währung, oder? Weil das Ding bringt mir auch nichts. Ja. Nehmen wir die Upgrade-Token. So, dann einmal das Ding hier. Dann haben wir einen Monk am Start. Ähm, da wollten wir jetzt auf Heal stellen. Für eventuell die Schildhand. Mit ein bisschen Glück. Äh, ich hab einen Heal-Stab gekriegt. Den hab ich schon. Der hat auch schon einen DD-Stab. Hier seh ich grad. Okay, also den brauchen wir schon mal nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Und eventuell kann ich mit denen noch irgendwas anfangen. Warte überlegen. Item zum Upgraden hat er zwar nicht, aber... Dann nehmen wir sie trotzdem. So, als nächstes haben wir dann den Magier. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Also vielleicht kriegt die Schildhand aus dem Mega-Dungeon. Was haben wir denn? Wir haben einmal Schuhe. Ah, die brauch ich noch. Schau mal, die sind aus dem Mega-Dungeon. Und was ist das hier? Ähm, was ist das aus Finster jetzt? Das brauch ich auf jeden Fall nicht. Ich hab jetzt auch nichts mehr zum Upgraden, oder? Nee, komm, dann machen wir es doch so. Nehmen wir die Schuhe. Dann haben wir zumindest da wieder ein Teil mehr. Viel brauch ich jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr aus dem Mega-Dungeon. Hauptsächlich die Waffen, ne? So, als nächstes haben wir einen Monk am Start. Dann gucken wir mal. Ich hab schon noch viel umgestellt, ne? Vielleicht Schildhand oder so. Ne, ich krieg ein Trinket. Naja, nee, komm. Wir nehmen... Wobei, das ist ein Intrinket, ne? Naja, weil ich jetzt auf viele umgestellt hab. Ne, das nehmen wir nicht. Dann nehm ich lieber die Marken und spekulier drauf, dass ich vielleicht bei dem nächsten Mal noch irgendein höheres Item krieg. Dann kann ich sie hier direkt mit den Würmwappen vielleicht upgraden. Jut, hier, als nächstes haben wir dann noch einen Druid. Dann machen wir einmal Gleichgewicht. So, wenn wir das noch kein Trinket kriegen. Hm, ein Ring ist drin. Naja, wärst du mir das schon ein Upgrade? Hätte zwar lieber einen mit Versa, ne? Aber gut, beim Twinket ist eigentlich auch wurscht. Mit dem mach ich eh kein Endgame. Dann haben wir noch einen Demon Hunter am Start. Da ist es, glaube ich, egal, ob ich Verwüstung oder Rachsucht drin hab, ne? Glewe kann theoretisch immer dabei sein. Ne, komm, das Set nehmen wir nicht. Dann nehm ich die Marken. Ich glaub, im HC-Set brauche ich nämlich auch noch einiges beim Demon Hunter. Können wir noch ein bisschen upgraden. So, und dann haben wir noch einen Evoker am Start. Hm, der hat wahrscheinlich auch nichts zum Upgraden, oder was ist das? Irgend so ein Low-Tile? Also, das Trinket hab ich da heute Abend schon deutlich zu oft gesehen. Hm, der Umhang vielleicht. Hm, ne, es lohnt sich alles nicht. Dann nehmen wir das Trinket, egal. Wenn ich zumindest auf dem Caster bin, bringt's was, ne? Ich glaub, so langsam kenn ich den Pool, den Loot-Pool da auswendig. Von der aktuellen Season. So, dann haben wir noch einen DK. Also, eine von den Stärkewaffen hätte ich schon noch ganz gern, muss ich sagen. Oder was haben wir hier? Alt-Halda-Sar-Schuhe. Hm. Hm, 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 hm. Gut, das könnte ich zu einem Set-Teil machen. Jetzt schauen wir mal. Oder Normal und LFR bin ich durch, ne? Ja, bin ich durch, okay. Dann nehmen wir doch die Schuhe. Hm, schon mal wieder mit Movement-Speed. Ne, ist so verkehrt. Im All-The-Things-Discord gibt's aktuell eine Challenge, ne? Wer das schnellste Movement-Speed-Set zusammen macht, der kann da was gewinnen. Für sowas wäre das ganz nett. Ah, als nächstes haben wir einen Hunter. Da ist es jetzt eigentlich fast egal, was ich einstelle. Ich hoffe, dass ich dieses Remove-The-Ketten-Ding kriege. Oder es gibt einmal den Trinket. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas hab zum Upgraden. Alter, was ist denn das hier? Item 85. Ja gut, nehmen wir hier das Trinket. Das load sogar, den Gegner. So, als nächstes haben wir nochmal einen Demon-Hunter. Vielleicht kriege ich eine Glewe mit ein bisschen Glück. Oder eine Hose. Ah, gut. Upgrade-Token brauche ich mit dem eigentlich keine, wenn wir ehrlich sind. Dann haben wir hier noch einen Hunter. Ich bin echt im Überlegen, aber ich brauche sowohl eine Melee als auch eine Range-Waffe nicht mehr. Das ist eigentlich vollkommen gleich, ne? Wahrscheinlich wäre das Trinket besser. Dann aus... Gut, ich werde wahrscheinlich niemals das Ding hier noch auf Mythic upgraden können. Wahrscheinlich... Ach, komm. Wir nehmen trotzdem die Marken. Scheiß drauf. Vielleicht gibt es ja doch mal eine Möglichkeit, noch irgendwo easy Mythic-Marken herzukriegen. Dann habe ich nochmal zwei HC-Marken, in Anführungszeichen. Und kann dann eventuell irgendwann auch da ein T-Mock rauskriegen. Aber ich sehe mich jetzt mit dem Hunter nicht in irgendeinem Mythic-Content. Mist, dass ich meine. So, jetzt will ich es mit dem Cleven wissen. Hab noch mal einen Demon Hunter am Start. So, kette mir die Daumen. Schau mal, das ist doch auch schon mal besser. Da sieht man, dass ich im Mega-Dungeon gut unterwegs bin, ne? Jetzt haben wir schon den gleichen Gürtel hier. Okay, das wäre schon mal ein Upgrade. Na gut, der hat eh nichts, was er sonst upgraden kann. Naja, dann komm, nehmen wir es. Und der Geiz kriegt er zumindest mal ein Set-Teil. Dann schießen wir direkt mit dem nächsten Demon Hunter hinterher. Und die Kleve wäre jetzt aber schon mal drin. Oder ich kriege Handgelenke. Hm, ne, na komm, dann nehmen wir sie. Hilft ja nix. Die Kleve kriege ich schon noch. So, als nächstes haben wir dann hier einen super-duper-equipten Schurken. Und mit dem ziehen wir jetzt auch noch mal vielleicht einen Dolch raus. Wie wär's? Oh, oh, ist er das? Das ist er einfach. Ich hab's gecallt. Nice. Der ist richtig selten. Den wollte ich haben, den Dolch. Sehr schön. Kann ich mir jetzt schon mal sparen mit dem Schurken, nämlich das Mega-Dungeon zu farmen. Weil Leder brauch ich nicht. Ich brauch nur diesen Kack-Dolch. Wunderbar. Das spart mir jetzt richtig viel Zeit. Gut, jetzt. Ich spiel halt mit dem, ne. Gut, der hat ja noch gar nichts geskillt. Aber theoretisch spiel ich alle auf Kampf. Beziehungsweise jetzt hier, wie heißt's? Ähm, Outlaw. Also, es bringt mir jetzt weiter Dolch nix. Aber Temok-technisch ist das jetzt richtig big. So, als nächstes haben wir einen Schamanen. Den stellen wir jetzt auf Verstärker. Es gibt noch ein paar andere Waffen aus dem Mega-Dungeon, die ich gerne hätte. Okay, der Ring ist jetzt nicht so geil. Hm. Da kann ich auch nix upgraden. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Mit dem Schamanen habe ich Set vollständig. Schultern fehlen mir. Ja, gut. Ja, nehmen wir einen Ring, oder? Zumindest ein bisschen Upgrade. Ich hab da diese PvP-Dinger an. Gut, als nächstes haben wir noch einen DK am Start. Den hab ich jetzt hier auf Frost. Frost ist, glaub ich, Einhand-Waffen. Nice! Ne? Also, die Waffe brauch ich auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie eine Zweihand-Waffe, obwohl ich auch Frost hab. Oder ich bin da falsch gewickelt. Nice. Jetzt krieg ich sozusagen so die ganzen Waffen aus dem Mega-Dungeon zusammen. Das ist ja richtig gut. Ja, richtig gut. Was fehlt denn jetzt noch? Ich glaub, ähm... Eine Einhand-Stärke-Waffe fehlt noch. Dann... ...fehlen, glaub ich, noch zwei Agi-Waffen. Eine Axt und ein Schwert waren's, meine ich. Warte, ich lass mal kurz nachgucken. Ähm... Wo haben wir es denn? Ah, die... Klar, die Gläwe hat auch noch gefehlt. Platte. Also... Ah, das ist die Schildhand. Also jetzt mal gucken. Also das Einhand-Schwert-Genau-Stärke. Nochmal das Stoffteil. Dann Agi-Axt. Schildhand. Ah, ne. Und dann noch die Gläwe. Es sind eigentlich noch... ...äh... ...drei Waffen und einen Schildhand. Und dann ist es halt noch Stoff. Nochmal Stoff. Und noch Platten-Item. Ja, mal gucken, was ich hier noch rauskrieg. Schau mal. So, dann haben wir hier nochmal einen Shami. Dann stellen wir den gleich auch noch auf Verstärker. Ja, vielleicht kriege ich die Axt noch. Ne, den Ring. Okay. Das hat jetzt gerade ein bisschen gehangen. Hm, der Wert theoretischen Upgrade. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo die Marken noch brauche. Könnte den Umhang noch höher kriegen. Und eventuell den Katalysator packen. Ich glaube, da war ich mit dem Set auch fertig, oder? Ne. Was haben wir denn hier noch? Aha. Ach, Moment. Das ist Mausoleum. Ach, das habe ich ja vorhin gerade nachgeguckt. Nur die Schultern brauche ich noch. Ja, okay. Nevermind. Dann kann ich den Ring nehmen. Ich war jetzt gerade beim falschen Raid-Tier. Dann haben wir hier einen Hexen-Meister. Und vielleicht die Schildhand oder eine Stoffteil. Hm, ne. Das ist einmal eine HC-Schulter und ein Ring. Ich meine, Hexen-Meister war ich vom Set her gut aufgestellt. Ja. Hm, upgraden ist eigentlich auch nichts drin. Wobei, doch. Hier. Das muss ich upgraden. Gut, dass ich noch mal geguckt habe. Dann nehmen wir doch die Marken. 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 Zweimal hier. Können wir das noch reinpacken. Hm, und dann kann ich es auch sogar noch in den Katalysator packen. Also tun wir es erst mal so upgraden. Ich nehme mich das Glimmeron-Item. So. Na gut, er hat aber auch schon wieder wenig Flugsteine, ne? Ei, 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 ei. So, okay. Dann packen wir das hier noch rein. Jawohl, da gibt es dann noch ein weiteres Timok. Mal gucken, wie viele ich jetzt schon habe. Na gut, vier Stück vom HC. So, dann haben wir noch einen Monk. Jetzt stelle ich den aber lieber auf Windwalker um, um zwar die Axt zu kriegen, ne? Also, der müsste eigentlich auch eine Axt tragen können. Nochmal. Oder ich kriege Handgelenke raus. Hm, also die brauche ich auf keinen Fall. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Oh, nochmal zur Sicherheit. Ja, sie sind aus Alt-Haldasar. Na gut. Upgraden kann ich mit dem nix, oder? Hm. Hm. Ne, das sieht schlecht aus. Nehmen wir das einmal. Dann haben wir einen Paladin als nächstes. Ich muss jetzt eigentlich auf Tank lassen, weil die Zweihandwaffe habe ich ja gekriegt. Ich bräuchte jetzt noch die Einhandwaffe. Okay. Okay, was haben wir hier? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Hm. Wäre eigentlich das Ding fast besser, das Trinket. Hm, hm, hm. Ah. Halt, stopp. Hier wäre ein... Ja, ich muss die Marken nehmen. Gut, dass ich noch mal geguckt habe, ne? Da habe ich ein Schild, was ich anscheinend noch upgraden kann. Na, die Dinger. Oh, ich hätte eigentlich gucken müssen, ob ich genug... Ja, das war jetzt eher dumm, merke ich gerade. Die kann ich jetzt nicht mehr zurückgeben, ne? Na, ja, das war jetzt nicht so clever, was ich gemacht habe, weil ich brauche ja auch Drachenwappen. Aber ich glaube, ich kann die umtauschen. Ich hätte jetzt halt hier zwei haben können. Zum Preis von einem. Jetzt habe ich es ein bisschen verkackt. Jetzt hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Ich könnte theoretisch jetzt auch hier die Weekly machen, aber komm. Wir machen das jetzt schnell. Und schmerzlos. Die Quiz kann ich sogar auch noch annehmen. Wahrscheinlich werde ich sonst bei dem nie wieder was upgraden müssen. Zum Glück hat er noch genug Flugsteine. So, jetzt haben wir nämlich die HC-Version von dem Schild auch. Wunderbar. Auch noch abgeben. So, dann haben wir hier noch einen Evoker. Ich muss mich gerade überlegen. Ach, das Kettenteil könnte ich mit dem kriegen. Äh, Alt-Halder-Sah wäre schon mal richtig, ne? Von der Instanz her. Aber das ist das Falsche. Ich glaube, das ist ein Gürtel, den ich brauche. Mhm, 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 mhm. Kettengürtel müsste das sein. Das Ding ist, ich habe halt auch nicht sonderlich viele Kettenschars, ne? Ich habe eine Handvoll Hunter. Ein paar Evoker habe ich mir erstellt. Und Scharmis habe ich, glaube ich, ganz wenig. Ich glaube, vier oder fünf maximal. Dann haben wir als nächstes einen Priester am Start. Schauen wir mal, vielleicht die Schildhand. Also, es ist eine Schildhand, aber die falsche Schildhand. Verdammt. Aber ich habe eh einen Stab an, also brauchen wir da gar nicht die nehmen. Ja, die ist für einen Sack. Die brauchen wir nicht. Schade. Dann nehmen wir die Tokens. Dann haben wir noch einen Druid. Den stelle ich jetzt hier wieder auf Gleichgewicht um. Für die Schildhand. Ich glaube, sonst kann ich echt nichts mehr mit dem rauskriegen. Ah, guck mal an, was wir da für ein Trinket haben. Ja, hm. Na, weiß ich jetzt auch nicht. Komm, dann nehme ich die Marken. Ich glaube, dann nehme ich sogar Gold, wenn ich ehrlich bin. Weil die ganzen Upgrade-Sachen mache ich beim Druid mit dem Main. Dann haben wir noch einen Hexenmeister hier. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, was das Wünscher ist. Ja, der hat auch nichts zum Upgraden. Da gucken wir nochmal zur Sicherheit nochmal einen Blick drauf. Ne, schau mal, der hat auch schon ein Movement-Speed drauf. Also hier im Vault hast du relativ oft Hertzier-Stats. Also ich glaube, die Häufigkeit ist wesentlich höher, als wenn ein normaler Item droppt. Also zumindest kommt mir das jetzt hier so vor. Dann haben wir noch einen Evoker am Start. Bei dem muss ich eigentlich nicht umstellen, oder? Schildhand kann der wahrscheinlich auch kriegen. Jetzt haben wir dann eine Kettenhose. Ja, schon ein Upgrade. Haben wir denn hier noch schön, ist das bei 5? Auch. Ja, dann nehmen wir doch die Hose. Was anderes bringt eh nichts. Als nächstes haben wir noch einen Demon Hunter. Vielleicht nochmal eine Chance auf die Glewe. Ne, ich habe eine Brust drin. Da würde ich auch einen Upgrade holen. Hm, ne. Das bringt mir alles nichts. Also dann nehmen wir das Ding hier mit. Als nächstes habe ich dann einen DK. Vorher hatte ich auf Frost, ne, die Zweihandwaffe gekriegt. Deswegen, glaube ich, relativ wurscht, was ich da einstelle. Hm, aber der hat jetzt auch nichts zum Upgraden, oder? Hm. Waffe. Ja, die ist auch so ein Rabenwehr. Das bringt mir auch nichts. Ja, komm, dann nehmen wir doch die Schultern. Hilft dir nichts. So, dann haben wir den Paladin als nächstes. Jetzt schauen wir mal, was wir da Schickes rauskriegen. Einen Ring. Wie great wäre das auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal irgendwas zum Upgraden haben. AC Gear. Schon auf 5. Ne, dann nehmen wir doch den Ring. Was soll's? Andere Sachen bringen mir eh nichts. Da habe ich jetzt noch von der letzten Season irgendwelche PvP-Sachen an. Gut. So, dann haben wir noch mal einen Druid. Den können wir dann einmal... Ach so, gleich Gewicht. Na gut, ist eh ein Ring drin. Mal nehmen. Tempo Versa. Oh ja. So, dann haben wir einen Demon Hunter. Kommen wir jetzt zum Abschluss hier. Die Axt würde ich auch nehmen, aber die Klebe wäre natürlich nicer. Ah, schau mal, die Faustwaffe. Zum Kronsteig. Aber die... Schau mal, die habe ich schon an. Ist die einzigartig? Ne, ne? Die kann ich auch zweimal tragen. Zum Upgraden hat der eh nichts. Witzig, dass der ausgerechnet dieselbe schon mal hatte. Ne, wahrscheinlich nicht so viele AG-Einhandwaffen in dem Pool. Naja. So, dann haben wir jetzt noch einen Worry. Dann stelle ich jetzt... Ah, ich lasse auf Schutz. Dann kann ich nämlich auch eine Einhandwaffe kriegen. Komm, Mega-Dungeon. Einhandwaffe bewehrs. Ne, Hose. Ja, schon eine bessere. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Da sind wir, denke ich mal, dann besser aufgestellt mit. So, hier das Ding. Gut. Dann haben wir noch einen DK. Ja, ich lasse jetzt einfach mal Blut. Keine Ahnung. Das ist ein Kopf. Na gut, der wäre schon ein Upgrade. Irgendwas noch. Ne, oder das hier vielleicht? Ne, das ist schon noch 5. Ja, wir nehmen den Kopf. Schade zumindest ein bisschen besseres Gier. Als nächstes haben wir einen Hunter. Oder da noch ein Quantum-Item. Das packen wir mal runter, dass wir das nicht versehentlich verkaufen. Und der hat einmal eine Brust drin. Schade. Es wäre jetzt echt gut gewesen, wenn jetzt noch dieses Kettenteil dabei gewesen wäre. Ähm. Ne, zum Upgraden hat er nichts. Dann auf geht's. Nehmen wir die Brust. Aus dem Thron ist die, sehe ich gerade. Dann gleich den nächsten Hunter hinterher. Will ja jetzt noch das eine Kettenteil kriegen. Haben wir denn da? Den Setkopf haben wir da. Und einen Ring. Also wenn, dann wäre der Ring was. Aber. Ne, das Ding bringt auch nichts. Das könnte ich jetzt zwar noch auf Normal-Item-Level hochballern. Oder kriege ich kein T-Mog mehr raus? Ne, kann ich leider alles vergessen. Ring-Set werde ich voll haben, ne? Das. Ja, Normal-Set habe ich voll. Gürtel habe ich keinen. Ja, dann nehmen wir einen Ring. Bringt ja nichts. Dachte jetzt kurz, vielleicht ist das ein Gürtel. Aber ne, ist natürlich ein Ring. Schade. So, okay. Dann habe ich jetzt noch einen Magier. Vielleicht jetzt mal die Schildhand oder das Stoffteil, was ich noch brauche. Ah, das ist sogar das Stoffteil, oder? Was ich noch brauche. Ich bin immer verwirrt, weil oben der Haken nicht ist, ne? Aber hier, durch einen anderen Gegenstand, genau. Das ist die Stoffbrust, die ich noch aus dem Mega-Dungeon brauche. Auch wieder mit Terti-A-Stat. Sehr schön. Habe sogar gecallt, ne? Sogar gecallt, das Ding. Moment, ähm, kann ich das vielleicht auch noch für Set benutzen? Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ne, Handgelenkschuhe kann ich nicht für Set benutzen. Okay, aber gut, zumindest das schon mal. Das ist ja schon einiges wert. Als nächstes haben wir noch einen Worry am Start. Da muss ich auch wieder auf Einhandwaffen gehen. Das heißt, wir gehen auf Schutz. Und haben natürlich keine Waffe drin. Kopf und Umhang. Da würde ich dann sogar fast den Kopf nehmen. Upgrade-Items. Ist jetzt hier nix am Start. Ne. Okay, wir nehmen den Kopf. Gut. Gut. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Okay, der hat definitiv nix zum Upgraden. Hose. Komm, ist gekauft. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich möchte schon sehen, dass alles grün und blau ist. So, dann haben wir jetzt hier noch mal einen Demon Hunter, der absolut wieder kein Gear hat. Aber jetzt eine Kleve kriegt, oder? Ne. Ah. Halt. Minimale Upgrade. Na, komm. Nehmen wir es trotzdem. Die Marken bringen jetzt soweit sonst nix. Dann haben wir noch mal einen Druid hier am Start. Und, achso, dann muss ich jetzt wieder umschalten auf Gleichgewicht. Uh, das hat jetzt aber gerade noch geklappt, ne? Dann haben wir hier einen Innenstab. Den habe ich schon. Und die Talie. Die habe ich eigentlich auch schon. Wisst ihr was? Ich nehme hier die Dinger und nehme das Gold mit. Also jetzt mit denen vier Item Level. Scheiß drauf. Das ist zwar nicht viel Gold. Aber... Hier, 2k Gold. Besser als nix. So, das müsste jetzt der letzte Char sein. 130 Stück habe ich jetzt durch. Ist das immer so eine Tortur? Aber es müsste schon einiges von Temok gebracht haben. Das ist ein Streitkolben an Einhändiger. Ich habe eine Zweihand-Axt an. Mag, glaube ich, keinen Sinn, da jetzt eine Einhand-Waffe zu nehmen. Äh, was haben wir denn da für einen Gürtel? Drei von acht. Könnten wir da einen HC-Gürtel draus bauen? Könnten wir aber den... Ich habe da schon das Zeug. Ja, gut. Dann... Wir nehmen trotzdem mal die Marken. Eventuell kann ich es mit dem nochmal irgendwann verwenden. Die Einhand-Waffe, die bringt mir jetzt eigentlich nicht viel. Wenn wir ehrlich sind. Könnte ich ein Dings noch zusätzlich anlegen zu einem Erbstück? Aber das... Ach, nee. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Gut, jetzt würde ich sagen, scanne ich noch bei DataFS oder durch, dass ich sehe, wie viele T-Box das jetzt gebracht hat, dieses Ganze öffnen. Und dann gucken wir mal. So, jetzt wollte ich gerade schon scannen und dachte mir, ich schaue vorher hier nochmal die Klassen durch. Und habe gesehen, ich habe ja die Schuhe gekriegt mit einem Magier. Und die brauche ich sowohl im LFR als auch im Normal. Heißt, wir können jetzt mit dem Magier, mit dem bin ich jetzt nochmal eingeloggt, diese Schuhe in den Katalysator packen und dann quasi Double T-Mock mitnehmen. Wobei, dafür müsste ich aber ein paar Marken erstmal farmen. Aber jetzt hauen wir sie erstmal in den Katalysator rein und dann gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen Marken farmen gehe. So, also Katalysator. Wo haben wir sie? Die Schuhe. Wunderbar. Seht ihr, da oben steht dann nicht gesammelt 2 dran und 0%. Wenn ich es jetzt reinpacke, dann steht jetzt hier, es müsste eigentlich jetzt, steht nur 1 dran und auch 0%. Okay, eigentlich müsste 50% dran stehen, aber okay. Zumindest steht jetzt, dass ich durchs Aufwerten quasi noch einen weiteren T-Mock bekommen kann. So, ich habe jetzt hier noch einmal ein paar Marken gefarmt. Und zwar müssten wir jetzt die Schuhe hier upgraden können auf 5. Und dann haben wir nochmal ein T-Mock. Na wunderbar. So, ich habe jetzt einmal durchgescannt. Wir haben jetzt quasi dieses ganze Vault geöffnet. 39 T-Mock-Items rausgekriegt. Was okay ist, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe noch ein bisschen mehr, was ich holen kann. Ich habe jetzt hier mal durchgeguckt. Mit dem Magier kann ich sogar auch nochmal Schultern in den Katalysator hauen und upgraden. Aber da farme ich jetzt die Marken, würde ich sagen, über die nächste Woche. Weil jetzt habe ich für die, was waren es denn, Schuhe schon einiges rausgehauen. Ich glaube hier beim Hexer, das konnten wir glaube ich nicht mehr upgraden. Ich hatte aber hier noch was dabei. Wo war es? Ein Rufer? Ne, da habe ich auch alles. Hier bei dem Shami. Ne, bei dem Hunter hätte ich jetzt noch was, was ich upgraden könnte. Mache ich vielleicht die Tage noch. Hier unten haben wir sogar auch nochmal ein Item gekriegt, was ich übersehen hatte. Also da kommen noch ein paar dazu. Das mache ich jetzt aber über die Tage. Da farme ich dann ganz entspannt die Marken. Und ja, also ein bisschen war es hier zum Beispiel bei dem Deka hätte ich sogar auch noch ein Item upgraden können. Also ein paar Sachen kommen da noch on top. Aber um die 40 waren es dann auf jeden Fall unterm Strich. Und ja, das hat sich, denke ich mal, schon rentiert. Juti, das war es dann mit dem L-Lang-Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.